da ist er schon wieder hallo und herzlich willkommen auch an diesem morgen wie jeden morgen wenn es klappt bis jetzt in diesem jahr klappt es ganz gut so hallo und herzlich willkommen im reich der pflanzen es gibt etwas sehr interessantes etwas nicht unbedingt was man verstehen kann dass wir uns anschauen zwar die samtpflanze haben sich vor kurzem zurückgeschnitten man sich daran erinnert wir haben versucht stecklinge davon zu machen sie im wasser zu bewurzeln sie haben ganz schön rumgezickt also das ist die wir haben tatsächlich sogar drei tagen angefangen die blätter schlaff wurden und ich habe sie mal rausgehoben geguckt und man konnte nicht wirklich was erkennen kein vollen ist oder dergleichen also da war ich ein bisschen irritiert auch gut deutsch gesagt aber nun ja einfach mal machen ich weiß bescheid nicht lange lachen so und ganz kurz noch mal die punika granatum nana die wir gerettet haben sie wächst so wunderbar jetzt und wir sehen auch hier ganz klarer fall wenn die pflanze mal nicht will rausholen raus raus zurückschneiden sauber machen und dementsprechend wieder einpflanzen und neustart machen und tada sie wächst wieder richtig cool übrigens bin ich mal gespannt wann die marakouja da oben tatsächlich mal anfängt zu blühen meine sie wächst ja wunderbar richtig genial ist auch oben unter der decke die blätter richtig grün zeige ich euch gleich kurz oder mache ich jetzt mal zeige ich jetzt mal eine aufnahme von der marakouja sie wächst wirklich wunder wunderschön dort oben an der hellen decke das ist also ein richtig geiles phänomen so ok dann gibt es etwas auch mal ich brauche kommen ich fange einfach an es geht nämlich heute noch mal um moringa die steht nämlich hier passt leider nicht mehr ganz ins bild ja ist so die wächst und wächst und wächst aber auch hier müssen heute noch mal etwas näher das ganze betrachten und mal zu gucken wie die entwicklung jetzt aussieht und ob wir eingreifen müssen zunächst werden wir aber mal die bonsai chili versorgen das wasser ist wieder verbraucht da ist nichts mehr drin ich habe so ein bisschen hochgedeckung kann man so ganz gut erkennen dass hier ist kein wasser mehr drin das heißt wir werden heute wasser wieder nachfüllen das heißt heute das dritte mal hintereinander und dieses mal mit nährstoffen bei 500 mikrosiemens die letzten zwei mal haben wir reines wasser verwendet und dieses mal dementsprechend das ganze aufgedüngt auf 500 mikrosiemens das ungefähr ein zentimeter hier drin steht und dann ist jetzt für einige zeit versorgt und mal gucken wann wir dann wieder düngen ich denke mal die nächsten zwei male voraussichtlich wieder nicht denn die pflanze ist nach wie vor kräftig grün richtig genial anzusehen und die früchte in die anderen beiden reifen jetzt auch aus man kann es vielleicht schon erkennen die vordere wird schon leicht orange also ja auch das geht dann tatsächlich jetzt wieder immer wie lange die blühte dieses mal blühte auch interessant ich habe bestimmt schon vier oder fünfmal also tage hintereinander also die blüht jetzt fast schon eine woche ist ein bisschen merkwürdig normalerweise blühen die nur ganz kurz und dann entwickelt sich eine fruchtenfallen ab aber diese dieses mal ich weiß auch nicht was da los ist oder vielleicht hat etwas geklappt was ich gemacht habe da sage ich noch nichts zu so ne punica granatum nana wir werden heute uns die große ansehen denn auch dort haben wir letztens etwas gemacht gemeinsam um das ganze eben weiter verfolgen zu können so und dann kommen wir jetzt zur samtpflanze stehe ich mal bitte scharf danke nein doch nicht also auf ich mache eine andere einstellung würde ich sagen und dann schaut das schätze mal etwas genauer an die samtpflanze wir haben sich zurückgeschnitten am 30 ersten ungefähr jetzt zwölf tage her noch nicht ganz zwei wochen austrieb ist gegeben recht verhalten im wachstum sie schießt nicht in dem sinne das ist schon ganz schön mitzunehmen dass das so tatsächlich gegeben ist also man kann sehen sie ist tatsächlich aus jeder knospe am austreiben das wird also nicht richtig schöne schicke kompakte pflanze später ja das noch die alten blätter von damals dass sie gekauft haben deswegen sind hier also komische ja flecken drauf sind mehr oder weniger verletzungen und so weiter von sofort vom transporten hast du nicht gesehen das ist aber nicht so tragisch so ich fahre mal kurz runter hier sehen wir jetzt das wasserreservoir das ganze ist ja abgedunkelt wir es vorhin gesehen haben das klappt genial keine algenbildung das ist natürlich das coolste bei der ganzen sache wasser ist noch ausreichend gegeben wurzelwachstum auch und von daher aber sehr verhaltenes wurzelwachstum muss ich dazu sagen aber man kann es so schon sehen es ist auf jeden fall gegeben von daher die wurzeln sind weiß alles okay auch liegen wir bei 4 bis 500 mikrosiemens wobei schon fast davon ausgehe dass durchaus weniger verträgt also da müssen wir aufpassen dass wir hier nicht zu hoch kommen das steht definitiv fest also da müssen wir aufpassen denn sie wächst sehr langsam und vor allen dingen auch das wurzelwerk wächst relativ langsam bedeutet klartext sie hat ausreichend nährstoffe und von daher müssen wir aufpassen dass wir sie nicht überdüngen ich denke mal das ist ein faktor bei der pflanze den wir bei der samtpflanze jetzt tatsächlich beherzigen sollten damit man ja das halt weiß sie braucht eher weniger dünger da muss ja jetzt ein bisschen aufpassen so kurz noch mal abgelesen wann das ganze hier gestartet haben 23.12 haben sie raus aus der erde ins mineralische substrat vulkatech kaktienprägensubstrat überführt und dementsprechend wachsen lassen und zurück geschnitten nach geraumer zeit und zwar am 30.01 okay ganz kurz noch mal zu dem substrat es gibt von vulkatech speziell für pflanzen also nicht für kaktien auch für pflanzen ein substrat vulkatech flora heißt das glaube ich oder wie auch immer benutze ich nicht warum ja weil bei uns alles wächst im kaktienprägensubstrat von daher benutzen wir das und ich werde jetzt auch nicht alles umstellen deswegen und das substrat sieht auch relativ identisch aus also da wird es wohl keinen großen unterschied geben da substrate sowieso nicht aufgelümmt sind eh nicht aufgelümmt sind eh nicht und von daher das wachsen was wächst wächst warum soll ich jetzt alles umstellen hier weil ich ja schön deppert weiß bescheid wenn es läuft läuft es okay dann schneiden dann schauen wir uns jetzt die beiden stecklinge an ja ja so ist das ich sag's dir es gibt immer wieder phänomene die kann man nicht verstehen die muss man einfach mitnehmen ja passen mal auf ich zeig euch jetzt diesen steckling der sieht richtig schick aus knackig frisch richtig cool schauen wir gleich etwas näher dran und dann zeig ich euch das geschwisterchen aufpassen kabel liegen hier rum das sieht nämlich so aus bleibt jetzt noch scharf stehen ja guck mal wie traurig fragt mich nicht was da passiert ist aber auch hier schauen wir gleich etwas genauer nach denn ich habe gerade schon kurz reingeguckt und dachte mir was denn hier los es gibt sachen ich sag's dir die kannst du nicht erklären es ist so wie es ist ne ja was machen wir mit diesem traurigen schätzchen ich habe gerade mal nachgemessen wir haben knapp 50 mikrosiemens hier drin also soweit eigentlich alles okay okay pass mal auf wir schauen einfach mal die ganze geschichte etwas näher an jetzt nach fast zwei wochen die wunderschöne samtpflanze so wir holen sie jetzt mal raus hier und schauen sie uns etwas näher an lassen wir auf das nehmen wir mal an die seite kann sagen dass ich gleich die einstellung ein bisschen anders machen muss und man kann es aber so schnell kennen also sie hat tatsächlich wurzeln ausgebildet also ist dabei in dem sinne aber das auch erst seit heute gestern war da noch nichts zu sehen ich versuche da mal noch bölschen hier heranzuholen ja guck mal wie fein das geht ne siehst du wohl also sie macht tatsächlich wurzeln das ist jetzt die die richtig schön straff noch aussieht auch guck dir mal wie schön blätter an die die richtig schön straff noch ist also das ist genial also wie gesagt erst seit heute habe ich das gesehen dass da tatsächlich was im gange ist und ich würde sagen ich stelle sie mal schnell wieder weg und dann holen wir uns die andere die schlapp gemacht hat ja das ist okay das ärmste wo ich gerade die ärmste sie sind echt schlapp die blätter alter schwede aber auch hier entwickelt sich eine wurzel ja ich weiß nicht woran es liegt dass diese hier jetzt tatsächlich schlapp gemacht hat moment mal da ist irgendwas zu sehen das ist irgendwie leicht bräunlich da habe ich die pflanze gequetscht ist das denkbar warte mal moment die ist nämlich ja die hat die ist gequetscht worden hier in dem bereich ok fehler meinerseits also auch da wird auch nichts mehr werden das ist nämlich tatsächlich matsche jetzt noch die frage warte mal mit dem stück hier sollen wir ihn sollen wir ihn retten ist das überhaupt noch möglich ich meine du musst ausschauen ist der komplette bereich matsche ja da habe ich irgendwie fehler gemacht keine ahnung was das ist noch relativ weich hier bis hier auch noch siehst du das ist noch matsche was machen wir jetzt was machen wir jetzt auf die schere die ich jetzt auf der anderen seite dummerweise moment machen wir mal cutten wir einfach mal ist doch viel einfacher als hier ständig kann man ankümmere aus menschen hat denn so aus dem auf ja ja wo ist das also cut beendet ich werde es jetzt mal so versuchen ob ich das so hinbekomme dass der komplette faule bereich in dem sinne hier weg kommt ja das ist okay das ist okay so was machen wir jetzt mit dem schätzchen ins wasser schmeißen kannst du vergessen also da geht er tatsächlich dann matsche geht er kaputt also kommt das kleine ding das pflanzen wir jetzt mal gemeinsam ein um mal zu gucken ob daraus dann sich noch etwas entwickelt ja okay den anderen lassen wir noch im wasser stehen okay dann wissen wir auch warum das schlapp geworden ist habe ich den wahrscheinlich einfach abgeknickt okay läuft soweit also it is so it is ob das kleine ding noch wachsen kann ich weiß das nicht so löcher unten drin was bescheid ne oh mann ich sag's dir ja es gibt immer wieder mal sachen ne da weiß man nicht was sache ist oh passt ja genau yippie 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 von daher machen wir es jetzt einfach mal so pass mal auf den stech schon mal drunter hier ich will den gleich direkt nass machen können kann man es noch sehen ja man kann es noch sehen so direkt nass machen so das machen wir jetzt auch lass mal auf ja das ist ähm mal wieder ein phänomen das wir vielleicht mitnehmen können ich hoffe es zumindestens ne so können wir eigentlich schon mal ein bisschen mehr rein machen dass es schon einigermaßen voll ist dass es von unten feuchtigkeit saugen können so siehst du wohl oh mann ich sag's dir kleines baby was machen wir mit dir hm so erstmal machen wir ein kleines loch in die mitte jetzt müsst ihr natürlich aufpassen dass wir das würzelchen nicht brechen ne knicken in dem sinne ähm kriegen wir das noch ein kleines bisschen hier ran ein kleines bisschen so so ja guck mal lass mal auf ich nehme das schätzchen jetzt das glaubst du nicht ne jetzt hat er hier so ein stück mit eh einer wurzel dran und denkt sich da könnte er eine pflanze von ziehen weißt bescheid ne denk ich mir nicht ich will es einfach ausprobieren weil ich bin ich bin nun mal so wie ich bin dann machst du nix so vorsichtig zuschieben auf keinen Fall drücken auf gar keinen Fall drücken nur vorsichtig zuschieben so siehste wohl jetzt hat Schätzchen eingepflanzt ähm kleinen Schluck noch drin hier direkt hier drauf so ein bisschen Kontakt bekommt und dann ist gut ja das ganze decken wir jetzt ab dementsprechend und dann schauen wir mal was sich hier draus noch entwickelt ich hoffe dass es uns gelingt es gibt kleine Phänomene manchmal da weiß man nicht genau was Sache ist und schaust einmal genauer nach ne weiß Bescheid dann ist es so wie es ist okay also nehmen wir mit die Samtpflanze lässt sich durch Stecklinge im Wasser bewurzeln das ganze dauert etwa zwei Wochen ich denke mal jetzt noch eine Woche ungefähr dann werden wir sie einpflanzen also dann in dem Sinne drei Wochen ungefähr ne läuft wenn man ein bisschen aufpasst ne kann man es natürlich nicht zerquetschen die Pflanze wenn du sie ins Wasser stellst so dann komme ich jetzt auch zu der Moringa hier hatten wir gestern gedüngt bei 4 bis 500 ne bei 500 Mikrosiemens und ähm die große hatten wir vor kurzem auch versorgt bei 4 bis 500 allerdings Wasser schon wieder fast alle die schluckt das echter Wahnsinn ähm alle guten die ist auch ganz schön groß geworden aber es hat sich etwas gezeigt was vielleicht ähm ja mal gucken ne ähm ich bin mir noch nicht ganz sicher das heißt Klatex werden nochmal nachmessen und dann genauer hinsehen denn gerade bei solchen Pflanzen wie bei der Moringa die eigentlich im Haus gar nicht haltbar sind in dem Sinne uns aber trotzdem gelingt ähm da müssen wir schon ein bisschen aufpassen und genauer hingucken ne und ganz kurz gezeigt unser selbstständig wachsendes Moor mit den Utricularia das ist so herrlich ich habe es jetzt einfach mal hingestellt weil ähm ich wollte es einfach mal so zeigen so guck dir das mal an ist das nicht herrlich richtig genial muss ich aufpassen dass ich das Wasser nicht rauskippe mittlerweile gieße ich die Schale also voll hier ist keine Erde drin gar nichts das ist also nur Moos und dann dementsprechend die Utricularia sind da Sonne die eben drin das Moos ist selbstständig gewachsen ne übermäßig so viel dass der ganze Pott voll ist und ich muss unbedingt mal gucken dass ich das ein bisschen weiter voran bringe weil das ist ähm ein sehr schönes Phänomen das wir hier mitnehmen können im Kanal diese Moose weil das ist einfach nur herrlich anzusehen so okay komm jetzt muss ich mal gucken wie ich das mit der Moringa hier hinkriege weil das Ding ist so groß geworden äh mal gucken wie wir das filmtechnisch hinkriegen aber ich mach erstmal ne Pause es geht aber jetzt sofort weiter ich krieg die Pflanze nicht mehr ganz drauf nichts zu machen ähm so pass auf wir sehen jetzt die Blätter hier im oberen Bereich das ist jetzt glaub das drittletzte in dem Sinne ich schick mal kurz rüber mal gucken was da noch scharf gestellt bleibt das ist jetzt der obere Bereich der ist schon ein bisschen schlapp geworden ja das Substrat wird langsam trocken ähm die Blätter sind auch relativ hell muss ich sagen ähm ja Moment kriegt das noch ein bisschen näher dran hier ne kann man nicht richtig erkennen ne aber die sind doch recht hell vielleicht kann man es doch ein bisschen erkennen ja was machen wir jetzt ähm ich würde sagen ich messe mal eben nach was wir hier gegeben haben denn ich gehe fast davon aus dass sie tatsächlich etwas mehr Nährstoffe benötigt also ich gehe jetzt davon aus zumindest ich stelle jetzt nochmal scharf ja dankeschön ok ähm ich muss gucken ob ich gleich mal eine ganze Aufnahme ah doch ich weiß auch schon wie ok aber jetzt messen wir erstmal nach und dann machen wir gleich mal eine Komplettaufnahme von der Moringa Olifera jo die Weihnachtsbeleuchtung da hinten hängt immer noch und leuchtet und leuchtet Tag und Nacht ich lass das Ding einfach mal hängen mal gucken wann es nicht mehr funktioniert ok ja es ist so bei solch einer Pflanze ne ne wenn du noch nicht wirklich ich meine es ist uns gelungen sie wachsen zu lassen also ein bisschen Erfahrung haben wir schon ne aber wie geht sie jetzt weiter wenn sie größer wird braucht sie tatsächlich mehr Nährstoffe hm also ich finde die Blätter sind mir etwas zu blass finde ich jetzt ne sie steht momentan sogar schon direkt unter der Beleuchtung also ich muss sie dann tatsächlich jetzt bei tiefer stellen so pass mal auf ich hole jetzt hier mal raus hier oben die Kronen ach guck mal die Wurzeln sind unten schon durchgewachsen yippie jay man hat das Ganze eigentlich umgepflanzt am 25.01. haben wir sie hier reingepflanzt ähm Moment jetzt muss ich mal gucken jetzt ist wieder ne brauchst du ja viel mehr Hände als du hast du weißt Bescheid ok 1 2 3 einmal hochdrücken was haben wir jetzt drin 440 440 Mikrosiemens so pass mal auf ich habe das Wasser schon angesetzt aber noch nicht den Dünger also wir haben jetzt ähm drei Viertel Osmosewasser ein Viertel Leitungswasser und damit wir das heute nochmal mitnehmen äh manchmal vergesse ich es und dann ne ist doch besser um das zu wissen wir haben jetzt 170 Mikrosiemens hier drin und das Ganze düngen wir in der Regel bei 4-500 Mikrosiemens dann mit dem Compo Complete von äh Compo auf so ähm ja wie machen wir das jetzt nehmen wir diesmal wirklich mehr so auf ich überlege mal noch einen Moment bevor ich den Dünger reinmache ins Wasser weil ich gehe fast davon aus dass wir tatsächlich ein kleines bisschen mehr diesmal nehmen werden denn die schluckt so viel Wasser Alter das ist der Wahnsinn heavy ganz kurz mitgenommen hier pass mal auf ähm das hier die Dattel Dittel ach kannst du gar nicht so gut sehen jetzt ne gucken wir gleich nochmal wie ich den Pott hier weggestellt habe so ich habe das Ganze jetzt aufgedüngt mit circa 0,8 Milliliter von dem Compo Complete und wir kommen jetzt das Gerät mal einschalten auf einen Wert von knapp 600 ne also das äh würde ich sagen ist dann erstmal okay viel mehr machen wir nicht weil wir wollen ja auch nicht das kannst du übertreiben ne also 600 haben wir jetzt circa und von daher würde ich sagen äh gleich aufschreiben nicht vergessen Mann so okay dann gießen wir das Ganze damit bis der Pott wieder voll ist und dann lassen wir uns überraschen wie die Pflanze jetzt darauf reagiert da bin ich echt gespannt drauf es ist jetzt auch nicht so viel mehr in dem Sinne ne aber prozentual gerechnet ist es dann doch schon eine ganze Menge wie viel ist denn das prozentual ähm von 400 auf 600 äh 50% ist das richtig von 450% auf 600 ja ja genau 50% ist doch eine ganze Menge hey oh man okay so sie hat genug das reicht erstmal lassen wir uns jetzt überraschen wenn wir nächsten Tage mal gemeinsam nachsehen so dann gucken wir kurz die Dattel das ist das neue Blatt das herauswächst hier ähm das wird sich noch verändern wir sehen hier das vorletzte Blatt ne das ist so schön geteilt das sieht so genial aus richtig heavy gut das Licht ist jetzt nicht gerade so doll hier hinten aber ne ist schon eine coole Pflanze die Dattel also das ist eine mega coole Pflanze und so genügsam hier unten hinten in der Ecke ich stehe ja schon so lange rum hier ne richtig schön wird auch bei 400-500 Mikro Siemens gedüngt ab und zu mal nur mit reinem Wasser damit ich mir das nicht ganz äh zu doll in die Höhe schiebe aber das wissen wir ja alle schon okay so dann haben wir das jetzt geschafft und gemacht und dann gucken wir uns die Pflanze jetzt nochmal im kompletten Habitus an damit man sehen kann was das Ding gewachsen ist das glaubst du nämlich nicht ey das ist der Wahnsinn es pfeift draußen immer noch so pass mal auf hier habe ich sie jetzt stehen äh von hier hm bis hier Alter ist schon heavy gewachsen eine Moringa oleifera im Haus aber ich bin der Ansicht immer noch dass sie zu stark wächst äh also schießt in dem Sinne ne ist die erste die wir haben die überhaupt groß gekriegt haben von daher ist das soweit gar nicht so schlimm so ich klebe das mal eben drauf hier 11.02.2020 600 dass wir das mitnehmen nicht vergessen ganz wichtig ja gut Blatt kann man jetzt nicht viel sehen weil die Blätter sind alle nach oben gerichtet da sie hier unter der Easy LED steht dementsprechend sind die Blätter natürlich nach oben gerichtet ich stelle das mal kurz ein bisschen schräg ohne dass mit Wasser raus läuft dass man die Pflanze vielleicht ein bisschen besser so vom Blattwerk her sehen kann ne ist schon heavy aber ich finde sie ist mit einfach zu dünn aber sie ist schon stabil in dem Sinne ne aber hm ja ich weiß noch nicht wie gesagt wir tasten uns da langsam ran bei der Moringa Olai Fera äh inwieweit das Ganze so möglich ist noch auf jeden Fall wir haben auch die Wurzeln gesehen die sehen richtig gut aus ne von daher Lichtverhältnisse sind scheiße ich weiß ich selber ja was willst du machen ne die äh Mandarine übrigens sie steht immer noch hier ähm ich hab sie einfach mal stehen lassen um zu gucken wie sie drauf reagiert wenn sie jetzt mal etwas weniger Licht bekommt es ist auch der Stressfaktor ist etwas geringer dadurch als wenn sie komplett ständig unter dieser äh Pflanzenbeleuchtung steht manchmal tut es den Pflanzen tatsächlich gut wenn sie dann mal drunter weg kommen dass sie sich ein bisschen erholen können und hier hatten wir auch eine Veränderung gemacht äh von daher naja müssen wir mal gucken inwieweit das Ganze ach sie müssen wir mal nachmessen ne wie das aussieht mit dem pH Wert aber ok das machen wir heute nicht heute sind andere Sachen erstmal dran so die Moringa Olai Fera so und dann gibt es noch etwas äh hier in der Ecke zu sehen ich hoffe ich kriege das jetzt mal so hin pass auf ich geh mal eben auf Automatik ähm dürfte das Bild eigentlich dunkler werden so hm pass mal auf wie kriege ich das jetzt hin kann man das da hinten in der Ecke schon sehen ähm nicht wirklich pass auf vielleicht hier hatte ich nämlich auch so einen Streifen da auch nicht ach man warum kriegt man das so im Bilde nicht hin naja kommt wahrscheinlich durch das Licht ne ähm was ich euch zeigen wollte ist eigentlich dass die Tapete unterschiedliche Farbe hat so kann man es vielleicht ein bisschen erkennen ja doch so kann man es erkennen siehst du diesen Streifen ähm den hier der ist heller als die andere Tapete obwohl es die gleiche Tapete ist ist allerdings von einer anderen Rolle äh da bin ich jetzt ein bisschen verärgert muss ich ganz ehrlich sagen weil das ist ein bisschen blöd gut jetzt im Film sieht man es vielleicht nicht so doll aber das ist ich meine wenn du so tapezierst so einen Raum ne und das habe ich jetzt erst gesehen nachdem das richtig trocken geworden ist äh ich glaube da ärgert man sich ne wenn du dann so helle und dunkle Streifen in der Tapete drin hast wo eigentlich eine einfarbige Wand haben wolltest ein bisschen blöd ne aber okay hier ist jetzt nicht ganz so wichtig aber da kannst du mal sehen inwieweit sich das tatsächlich von Rolle zu Rolle auch unterscheiden kann farblich gegeben aber das ist ein bisschen blöd ne okay let's do it mal gucken was wir jetzt machen Punica Granatum Nana so letztes Mal hatten wir gemessen hier hatten wir 5,7 glaube ich ne pH wird 5,7 jetzt haben wir 6, da kann ich auch nichts lesen ich kann das gar nicht sehen so ähm 6, 6,6 also ist dieses Mal okay wir hatten letztes Mal das ganze Wasser gewechselt hatten nur Osmosewasser genommen und das aufgedüngt auf 400 µS und das gleiche habe ich heute auch gemacht wir werden tatsächlich dann dementsprechend das ganze wieder so befüllen wie gesagt nur Osmosewasser kein Leitungswasser und dementsprechend auf 400 µS aufgedüngt ich weiß jetzt gar nicht wie viel ich hier reingemacht habe nur 0,5 Milliliter um den Dreh also ne nicht wirklich viel oh Moment mal sind wir das vergessen ja ich bin in Euphorie hier gefallen gerade boah ich musste mal wieder nachsehen was wir gemacht hatten beim letzten Mal weißt Bescheid ja da muss ich meine Videos dann öfters gucken so ist das im Leben ne so dann befüllen wir das ganze jetzt wieder dementsprechend mit der Nährlösung und dann ist die Pflanze wieder für lange Zeit versorgt so muss ich gleich nochmal zu dem Film hinrennen gucken wann wir das gemacht haben damit ich weiß wie lange die Pflanze jetzt tatsächlich versorgt war so komm 1,2,3 Moment ich komme schlecht dran komm geben wir alles rein hier gib ihm alles weißt Bescheid so ok kurz ja kurz jetzt muss ich nochmal zum Film gucken wann wir das gemacht hatten ok ein bisschen zurück so meine Lieben am 13.01. haben wir das ganze gemacht und da haben wir das auch bei 400 Mikrosiemens circa aufgedüngt also das ist knapp ein Monat ist das jetzt her nehmen wir das schon mal mit also vor einem Monat hat das tatsächlich ausgereicht das Wasser hier mit den Nährstoffen die Pflanze ist wunderschön im Wachstum keine gewählten Blätter ich klippe das einfach mal hier drüber also wirklich schön gewachsen richtig genial kräftiges Grün also wir sehen das reicht vollkommen aus wir müssen halt nur darauf achten dass der pH-Wert nicht zu niedrig wird das heißt im Klartext es kann sein dass beim nächsten Mal wir werden es auf jeden Fall nachmessen dann dementsprechend vielleicht ein bisschen ganz ganz kleinen Schluck Leitungswasser mit beigeben aber wie gesagt da bin ich ganz vorsichtig hier bei dem Punica Granatum Nana denn die vertragen das nicht so wirklich von daher müssen wir noch ein bisschen aufpassen okay also zweimal hintereinander nur reines Wasser dementsprechend aufgedüngt auf 400 Mikrosiemens und da kannst du sagen also für zwei Monate ist ja versorgt ja ist schon eine coole Sache bei dem Punica Granatum Nana dass wir auch das schon mal gelernt haben dass sie nicht viel Nährstoffe verbrauchen gebrauchen in dem Sinne und vor allen Dingen dass wir dann tatsächlich jetzt erstmal das Leitungswasser weglassen weil das Leitungswasser wenn wir das zuführen so wie es jetzt machen wir ein Viertel sind wir ungefähr bei 270 Mikrosiemens schon und da kannst du ja nicht mehr viel Dünger beipacken bis 400 von daher haben wir davon abgelassen letztes Mal und dieses Mal auch pH-Wert war okay dieses Mal und von daher würde ich sagen beobachten wir auch diese Geschichte weiter ach so warte mal am 10.9. also letztes Jahr am 10.9. haben wir sie zurückgeschnitten so komplett da war nur noch der Stamm da und den hat man ja auch gedrahtet und das hat sich bis heute daraus entwickelt irgendwann hat man den Kronenbereich nochmal hier zurückgenommen weil das schon viel zu groß wurde da habe ich gesagt komm dann lass uns den Rest einfach mal jetzt in die Strukturastbildung damit wir da später mal was ordentliches mit machen können dass er nicht zu hoch wird und das hat ganz gut funktioniert bis dato das ist eine coole Geschichte ja Glücksbäumchen ähm Wasserstand ist noch ja der verbraucht nicht viel der ist immer noch hoch also da sind erst 2 cm verbraucht weil ich wollte ja eigentlich mal nachmessen begebener Zeit wann wir hier tatsächlich nachdüngen müssen denn hier haben wir ja das Ganze mit dem Langzeitdünger aber wir sehen erst wieder am rauswachsen wunderschön hat auch 1, 2, 3, 4, 5 Blätter auf einmal dieses Mal produziert das ist eine richtig coole Sache von da hat ja vor kurzem schon mal reingeguckt in die Erde wo diese Verdickung sich entwickelt dieses Speicherorgan Speicherwurzel aber ich lass die tatsächlich noch drin aber ich lass mal gucken wie er jetzt abgeht demnächst wenn wir dann wieder düngen denn jetzt ist es eigentlich bald an der Zeit dass wir ihn düngen sollten habe ich draufgeschrieben 4.11. abgeschnitten achso da hat man eingekürzt 19.8. war das ne 8 19 11 12 1 2 ja also diesen Monat müssten wir eigentlich nachdüngen ne ein halbes Jahr ist der Dünger veranschlagt natürlich kommt drauf an wie viel man dann da reingegeben hat oder so aber wie wir sehen es hat gereicht ein halbes Jahr lang war die Pflanze jetzt versorgt und ist immer noch kräftig am wachsen aber ich warte noch ein bisschen bis das Wasser verbraucht ist im Prinzip und dann gucken wir nochmal in die Geschichte rein wir beobachten jetzt das Wachstum nochmal ne den Schub den er jetzt macht aber damit immer noch auskommen mit den Nährstoffen die drin sind bei gibner Zeit werden wir das ganze nochmal nachmessen bringt jetzt nichts weil wie gesagt er hat nicht viel verbraucht und was soll man da jetzt messen ne wächst lass wachsen lass ihn einfach wachsen das ist so schön das Glücksbäumchen genauso wie Punica Granatumnana aber dieses Granatumnana Bäumchen wird langsam Zeit den wieder zurückzunehmen ne weil der ist doch ziemlich heavy gewachsen aber ich wollte ja eigentlich mal gucken ach guck mal sind meine Stämmchen gar nicht ich wollte ja eigentlich mal gucken wann er anfängt zu blühen weil das wär ja nun eigentlich die geilste Geschichte überhaupt ne bei dem Kleinen hatten wir ja eine Blüte ne zwei Blüten eine hat er abgeschmissen eine Blüte die dann zu Frucht sich entwickelt hat die Frucht konnten wir abnehmen konnten die Samen ernten und sie wieder zum Wachsen bringen dann war das Geilste an der ganzen Geschichte überhaupt ey ich muss ja mal gucken wo ich die anderen Samen hingelegt habe die wollte ich ja trocknen ne ich zeig's nochmal kurz so im Bilde das sind die Babys ne von dem Kleinen übrigens den wir jetzt gerettet hatten den haben wir glaube ich Anfang des Filmes gesehen kann das sein? glaube ich ja ne Anfang des Filmes hatten wir den gesehen oh das ist schon heavy was alles möglich ist zum Pflanzenreiz so können wir hier leider nicht so viel erkennen sich gerade warte mal können wir den mal auf Automatik stellen bisschen unten rein fahren dann sieht man das Stämmchen mal so ein bisschen ne wo ist schon heavy dick geworden so ok ich würde sagen in diesem Sinne ne weiß Bescheid winke winke bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen so dann sehen wir uns morgen wieder ich bin heute ein bisschen spät dran von daher ne weiß Bescheid morgen geht's weiter ok oh das ist so schön ich möchte am liebsten gar nicht aufhören aber ich muss schlafen gehen das ist so leider ich muss einfach schlafen gehen so das Ganze dann doch zu dunkel so jetzt aber ach komm Glücksbäumchen heavy ne das ist so schön so jetzt aber Schluss komm ich muss Feierabend machen tut alle nix wir sehen uns morgen wieder yippiey so kann man hier schon mal Licht anmachen wieder das mache ich immer aus sonst ist die Wand immer so gelb ich weiß Bescheid ja so ist halt mit dem Licht ne